Oh Leute, 5 Minuten hatte ich mich jetzt mal zurückgelehnt und ja, so ganz mit dem Pausieren klappt es auch nicht. Ach Mensch, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Die lag da und hat gelebt und mir ist ein bisschen was zu Bruch gegangen. Da ist was ausgelaufen. Oh, schön, Blut. Nicht gut, nicht gut, oh nein. Ash. Ganz ruhig, Junge. Steckst du es dir ein? Ach, hier ist ein Weinregal, da ist wohl Wein ausgelaufen. In der Küche hier waren wir schon mal ganz am Anfang. Können wir uns hier noch umgucken, ist hier noch was zu entdecken oder eher nicht. Das ist jetzt die große Preisfrage. Nun, wir können uns nur weiter bemühen, sie alle am Leben zu halten. Ach, wenn es mit einer jetzt wahrscheinlich schon mal nicht geklappt hat. Gut, wo müssen wir hin? Oh, auf jeden Fall ist das Bild gruselig, weil das so rot ist. Was zum Teufel? Okay, Leute, ich war gerade wirklich erschrocken und bin hier sehr zusammengezuckt. Ich fange an, das Spiel zu hassen. Aber wie es immer so bei solchen Spielen ist, wie es ja auch bei Thief, bei den gruseligsten Levels ist, es ist eine Art Hassliebe. Man kann eigentlich nicht mit, aber man kann auch definitiv nicht ohne. Ja, ich muss das jetzt hier fortführen. Gut, nochmal geguckt, ob da irgendwas Blinkendes ist, irgendwelche Hinweise oder so. Ich bin gerade fertig. Fertig mit der Welt, fertig mit meinen Nerven. Oh, shit, nein. Blut, um es mal verständlicher zusammenzufassen. Oh Gott. Ist hier was? Nein. Da ist nix. Da ist eine offene Tür. Ja, ich sehe sie. Aber ich will da nicht hin. Ich will nicht. Ich will nicht, Leute. Ich will echt nicht. Was machen wir hier? Warum laufen wir hier im Schnee rum? Wieso mussten wir alle ein Jahr später wieder hierher kommen? Mann, Mann. Das ist wirklich, wie ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das lag hier bestimmt zugrunde, dem Spiel die Idee zumindest grob. Dass man sich nach einem Jahr oder nach einer gewissen Zeit wieder trifft. Und dann, dass der ganze Horror erst beginnt. Hier ist nix. Gut, ich sehe es hier ein, Junge. Geh weiter. Da ist auch nix. Wieso müssen wir jetzt hier nochmal langlaufen? Ist da oben was? Da ist der nächste Blutfleck, oder? Den können wir auch nicht angucken. Ah, das ist eine ganz schöne Blutspur, der wir hier folgen. Ist da irgendwas? Ist jemand da, Ashley? Ist jemand da, Ashley? Die kann dir nicht antworten, ob jemand da ist. Okay, die Blutspur führt da lang, deswegen geh ich jetzt erst mal hier lang. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oder ist hier auch ne Blutspur. Was ist das jetzt für die Kamera-Perspektive? Na? Eine Schleifspur ist hier irgendwie, oder? Wo gehe ich hier gerade hin? Wer hätte denn dieser Blutspur folgen sollen? Was ist da hier? Hier ist ne Blutspur. Aber auf der anderen Seite, die war doch da viel ausgeprägter. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Hier liegt auch nix. Hier kommt kein X plötzlich. Nein. Das muss man auch nicht mehr langen Blut. Wieso war da hinten wieder Blut? Oder kommt man da auf diesen Pfad? Wenn ich das jetzt hier ein Stück lang laufe... Das muss ich irgendwie wieder treffen, oder? Da ist ein Pfad... Da ist ein Pfad... Woa! Was zum Henker? Wie krank ist das denn? Wer tut sowas? Das wüsste ich auch gern. Kommen wir das uns genauer an... Oh ne, leuchtet dem Ding doch nicht das Gesicht. Oh, wie scheiße, was ist das denn? Okay. Noch einer. Hinweis entdeckt. Schweinekopf. Wir laufen den Weg bis zum Ziel, aber ich will dann auf den anderen laufen. Hoffentlich werden wir das dürfen. Was denn für ein Hinweis? Oh, da fehlen ja ein Reiniger. Ein auf dem Berg deponierter Schweinekopf. Er ist frisch und blutverschmiert. Okay, hier liegt mal was. Ein Totem. Wen sehen wir jetzt sterben? Oder ist das ein weißes? Nee, oder? Das ist schwarz. Wessen Beine waren das jetzt bitte? Ich kann's nicht erkennen. Ich kann's echt nicht erkennen, wessen Beine das waren. Und uns fehlen da schon zwei. Ich hätte bestimmt mit Chris an manchen Stellen gucken können, wo ich so in Eile war. Ach, hier ist ohnehin nix. Wir müssen diesem anderen Pfad dann folgen. Okay. Oh mein Gott. Ich will nicht. Ich guck die Vogelsschwürste sicher nicht nochmal an. Die Spur geht dahinter, weil der Kopf da hingebracht wurde. Hm, ich weiß es nicht. Gut, wir müssen also doch hier lang. Zwei Todes Tod uns fehlen. Vielleicht finden wir sie auch noch. Ich weiß es nicht. Findet man die in der chronologischen Reihenfolge? Die Hinweise findet man ja auch mit Lücken dazwischen und kann die Lücken dann später manchmal noch füllen. Mensch, was raschelt denn hier rum? Das ist doch nicht normal. Was ist das? Okay, damit wären wir an der Stelle hier. Jetzt erschrecke ich mich schon vor den Schatten. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das jetzt für eine Hütte? Ashley? Ja, die ist wahrscheinlich irgendwo da, wo die Blutspur zu Ende ist. Oh, shit. Kommt man da hoch? Nein. Gut, hier ist eine Hütte. Gut, offener Tür. Die wurde entführt. Die könnte geknebelt, gefesselt, bewusstlos sein. Die wird nicht... Bevor ich da reingehe, gehe ich erstmal hier lang. Das sieht mir nämlich fast so aus, als müssen wir da rein. Da können wir jetzt definitiv nicht erwarten, dass die uns antwortet, mein Guter. Hier ist eine Tür, die ist nicht existent. Okay. Kann einmal um die Hütte gehen? Da blinkt wieder was. Irgendwelche Hinweise. Oder noch mehr Totems. Ich habe langsam Angst vor den Dingern. Was ist das jetzt? Gelb? Das war definitiv Ashley. Die hatte so eine Stülpen an. Ihr seid doch nicht gescheit. Oh, die finden wir chronologisch. Heißt das, hier haben wir keine Chance mehr? Nun, wir werden sehen. Ich glaube... Fürs erste Mal spielen bin ich schon ganz gut, was die Hinweise und so betrifft. Vom Finden her. Ich meine, da kann man nicht erwarten, dass man gleich 100% findet. Und klar, vielleicht habt ihr schon mehr Abzweige gesehen. Das ist auch mal was anderes, wenn man nur zuguckt, als wenn man es selber spielt. Also bitte ich euch da nicht jetzt hier irgendwie... Aber das macht ihr ja eh nicht. Ich kenne euch doch. Ihr seid doch nett. Da heißt es nicht, wie duf bist denn du. Das lag dort und dort. Wie versteht sowas, wenn ich sage, das sind in zweierlei Sachen zu gucken oder selber spielen. Und das Adrenalin, das man beim Spielen hat, verhindert oft, dass man dann irgendwas... Zieht hier. Kaninchen. Dass man irgendwas sieht. Okay, ich höre Ashley weinen. Aber ich muss hier vorher noch mal gucken, kann die Kamera hier umschwenken? Wie gemein. Lass mich raten. Der ist jetzt abgesperrt. Seht ihr, da hätten wir keine Chance, noch mal zu dem Toten zu gucken. Und bei dem Spiel weiß man nie, ob man noch mal wiederkommt. Äh... Okay, erst mal orientieren. Ich bin hier. Wo bist du? Ich weiß nicht. Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte, hilf mir. Ich komme, Ash. Geht einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Chris, er hat mich gefesselt. Ich bin gefesselt. Ashley, ich hole dich da raus. Keine Sorge. Ich habe solche Angst, Chris. Ich auch. Ich habe auch Angst und ich höre den Admin. Ist das eine Falle, weil ich hier so lange rumdumpe oder halte man die sowieso ausgelöst? Okay, da blinkt was. Dann gehe ich jetzt noch nicht da hin. Oh. Fleischerhaken. Die Perspektive ist doch krass. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hier gibt es aber keine Hinweise. Weiter. Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Scheiße. Oh mein Gott. Aber wir brauchen noch einen mutigen Trailnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein. Oh mein Gott, ich habe kein Test. Oh, Lucia. Lass mich sofort hier runter, du Psychopathen. Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh nein. Bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, scheiße, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair. Okay, 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 okay. Alles ist bald okay. Kacke, kacke, kacke. Alter, Kumpel. Oh mein Gott, Fred. Moment, du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken, ja. Scheiße. Scheiße, Ashley. Das ist doch heute. Das ist doch unfair. Haben wir deswegen bei dem Psychiater dieses Spielchen gemacht hier? Von wegen wen können wir am meisten leiden und wen am wenigsten? Okay, ganz ehrlich, er liebt Ashley. Ashley, du musst nicht sterben. Ich hole dich da raus. Danke. Danke. Bitte nicht. Es tut mir leid, Josh. Das ist Wahnsinn. Das ist krank. Das will dich mir noch ein Grin. Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde. Ich, ich, ich. Was soll ich denn tun? Bro. Bro, wir haben so viel durchgemacht. Komm schon. Ich will nicht so abhängen. Wenn ich gar nichts mache. Chris, bitte. Ich habe das Ding dann stehen. Er darf uns nicht umreden. Ich war ziemlich komisch drauf und das alles, aber es wird wieder besser, Mann. Ich schwör's. Ich kann das doch nicht. Ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Nein. Nein, Chris. Ich habe es nicht bewegt. Nein, 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 nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann. Ich dachte, wir sind Freunde. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn. Nein. Nein. Das kannst du nicht tun. Das habe ich dir getan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hol und ihr noch. Nein, nein, nein. Nicht hin. Das würde ich gerne sagen. Ich komme, ich hole dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, komm, los. Wir holen dich da runter. Wir müssen hier raus. Jetzt taumel nicht an dieses Sägeblatt. Psst, wir müssen weg, okay? Ja, das macht er gut. Halt dir die Augen zu. Das machst du gut, Junge. Wenigstens das. Shit, ich dachte, das geht dann da wie Sackgasse und bleib stehen. Ashley! Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Die reikt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Er ist ein Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich versteh' einfach nicht, was los ist. Hier ist ein Psychopath und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Was soll dich denn bloß tun? Oh, Mama! Sie hat ihn zersägt. Überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich, ich hab ihn getötet. Ich, Chris, ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hör einfach durchgesicht. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist? Wir müssen hier weg. Ja, ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Ähm. Definitiv, hier geht keiner alleine. Wenigstens Zweiergruppen. Ach, Leute. Du schon wieder. Jetzt ist das Kaninchen auch noch geköpft. Und da ist unser Freund Zombie mit einem Sägeblatt im Kopf. Shit. Da sind wir wieder. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Sicher nicht. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Wer sind sie? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du vielen nächsten lieben zeigst, so wie du spielst. Entschuldigung? Ich hab doch nur... Jessie Krupp ist jetzt verloren. Oh, gut. Warte mal an. Wow! Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ganz ehrlich? Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Das ist eine gute Frage. So wie dein Büro aussieht. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich denke schon. Ich glaube nicht. Kein Psychodok hat so ein Büro. Was bisher geschah bei Until Dawn. Was ist denn das? Tja, könnte alles mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Aber tust du das? Das ist Wahnsinn. Ah! Ah! Ja, reitet drauf rum. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Kapitel 5. Furcht. Sechs Stunden bis zum Morgen. Oh Mann. Da sagst du was. Scheiße. Mhm. Gar nicht gut. Das denke ich die ganze Zeit. Nein, gar nicht gut. Hat er Wachhunde? Oder Wachwölfe? Gezähmte Wölfe? Gezähmte Wölfe? Bitte nicht wieder Quick-Time. Okay. Ich glaube, das Spiel ist sehr, sehr unknötig. Und Fehler macht.